Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir das Aosu Solar D1 Classic Kit bzw. die App und wie hier alles funktioniert. Momentan sind hier drei Kameras eingebucht. Eine ist nämlich fest im Garten montiert und es ist hier so, beim Classic Kit gibt es eine Basisstation und auf der werden die Aufnahmen gespeichert. Zwei Kameras sind damit verbunden. Das sind die beiden oberen hier und wenn ich jetzt mehrere Kameras habe, kann ich hier auch über die Multicam-Anzeige die Kameras in einer Übersicht laden und dann habe ich die hier alle in der Übersicht. Nehmen wir jetzt mal die Kamera hier oben, da sehe ich direkt, die wird geladen aktuell an dem Symbol hier rechts oben in der Ecke. Das muss man aber aktivieren. Dazu kommen wir jetzt gleich, denn jetzt schaue ich mal in die Einstellung. Hier oben hast du die Kamera, die kannst du auch umbenennen, wenn du das möchtest. Du kannst sie über den Schalter hier komplett ausschalten und die Bewegungserkennung ist hier natürlich aktiviert und da kann ich einstellen, dass er nur die menschliche Gestalt erkennt und dass er vor allen Dingen auch den Objekten folgt. Bei der Objektverfolgung dieser Kameras ist es aber so, hier manchmal verliert er das Objekt, das habe ich im Haupttest schon Erwähnung gezeigt. Du kannst die Empfindlichkeit hier anpassen, automatisch oder selbst und dann ist es eben die Empfindlichkeit, in der er hier auf Bewegung reagiert. Es ist möglich, hier einen automatischen Alarm zu definieren. Du kannst hier eine automatische Sirene ausgeben und das kannst du auch über einen Zeitplan steuern oder du kannst es einfach den ganzen Tag aktiviert lassen. Auch die Lautstärke kannst du hier verändern und die Bewegungserkennung kannst du hier auch nochmal in der Kurzform erreichen. Da waren wir gerade schon drin. Bei der Sirene ist es so, da musst du halt aufpassen, Fehlalarme nachts, eine Katze oder so. Muss man aufpassen mit der Sirene. Ich würde jetzt eher das Licht aktivieren. Dazu kommen wir gleich auch noch. Nachrichtenwarnungen, ich kann hier einstellen, Push-Nachrichten, dass die die ganze Zeit gesendet werden oder eben auch nach einem Zeitplan. Dann gibt es noch zwei Methoden, schnell oder intelligent. Was die machen, steht da direkt drunter. Es ist möglich, eine Cloud zu abonnieren. Die kostet natürlich wieder Geld und geht natürlich auch auf Dauer ins Geld. Es ist aber möglich, die sieben Tage zu testen. Eine der wichtigsten Einstellungen ist definitiv hier Video-Audio. Da geht es ums Bild. Da kann ich hier erstmal die Auflösung verändern, 2K oder HD. Und als nächstes kommen wir zur Nachtsicht. Da kann ich sagen, dass es das Licht automatisch einschaltet, wenn es eben dunkel ist. Der nächste Punkt ist Weißlichthilfsbeleuchtung. Das heißt einfach, er schaltet das Licht bei Nacht ein. Dann ist das Bild immer farbig. Als nächstes ist es noch möglich, das Infrarotlicht komplett auszuschalten. Infrarotlicht, das sind dann die schwarz-weißen Aufnahmen. Wenn man das immer in Farbe haben möchte, kann man das eben wählen. Dann ist es noch möglich, gegenzusprechen. Und der Lautsprecher, den kannst du hier in der Lautstärke verstellen. Außerdem kannst du den Aufzeichnungston komplett deaktivieren, also wenn du gar keinen Ton auf dem Video haben möchtest. Stromanagement. Es ist eine akkubetriebene Kamera. Hier sehe ich den Ladestand. Und ich kann hier Energiesparmodus wählen oder Erkennungs, intelligenter Erkennungsmodus. Da unterscheidet sich das dann in den Aufnahmen. Also hier oben hast du zum Beispiel 20 Sekunden. Das steht hier auch. Unten sind es dann noch 60. Und dann gibt es hier diesen Batterieanteilsschalter. Wenn ich den deaktiviere, dann seht ihr das kleine Lade-Eigen, was ich vorhin auf der Startseite gezeigt habe. Das ist dann weg. Den Schalter würde ich deswegen auch aktiviert lassen. Der nächste Punkt Gerät teilen. Du kannst hier wieder eine zweite Person einladen, die auch ein Konto hat und hat die auch Zugriff auf die Kameras. Geplanter Schlaf. Also du kannst halt sagen, dass du die Kamera zu gewissen Zeiten einfach ausschalten möchtest. Nächster Punkt Statuslicht. Wenn ich das aktiviere, dann hast du einfach diese blaue kleine Status-LED vorne im Objektiv. Du kannst die Kameras auch mit Amazon Alexa hier oder mit Google Home verbinden. Bei Amazon Alexa kann ich jetzt das Videobild auf meinem Echo Show laden. Dann kann ich hier noch Geräteinfos abrufen, dass ich auch die WLAN stärke. Ich kann die lokalen Ereignisse löschen und kann hier auch nochmal die Kamera umbenennen und so weiter. Dann gibt es noch die Basisstation, Infos, Geräteinfos. Also da kann ich halt schauen, wie viel Platz haben wir hier noch. Der gesamte Speicher der Basisstation liegt bei 30 GB. Und ich kann die Speicherkarte hier auch formatieren und die Basisstation umbenennen. Firmware Upgrades sind auch möglich. Und der Vorteil der Basisstation ist halt einfach, dass die Aufnahmen nicht auf einer SD-Karte in der Kamera sind, sondern auf einer Basisstation im Haus. Die kann man halt nicht so leicht mitnehmen. Firmware Upgrades gibt es. Dann ist nur Schnellstartinfo. Da kann man hier alles per Assistent nochmal festlegen. Und das waren jetzt erstmal diese Einstellungen. Jetzt gehen wir mal direkt hier in den Videostream. Als erstes haben wir hier oben SD oder UHD. Da kann ich einfach die Bildqualität wechseln. Auf UHD brauchst du natürlich eine bessere Verbindung. Auf SD reagiert das schneller. Also wenn es halt zum Beispiel ruckelt, dann wechselst du einfach auf SD. Ich kann hier ein Video starten, aufzeichnen. Ich kann hier einen Screenshot machen und der letzte Knopf, der aktiviert hier den Ton. Dann kann ich hier hören, was im Garten passiert. Ich kann die Kamera aber jederzeit hier auch per Motor drehen. Und wenn ich jetzt ein 360 Grad Bild erstellen möchte, das mache ich jetzt mal kurz. Die Kamera hat jetzt hier ein Panorama erstellt und ich kann jetzt per Tab aufs Bild an diese Position springen. Also das ist halt praktischer, wenn ihr das schnell machen wollt. Die Motorsteuerung geht auch. Das dauert aber. Ganz unten gibt es mehrere eigens. Das erste hier ist die Beleuchtung. Ich kann hier ein- und ausschalten. Ich kann auch gegensprechen über diesen Gegensprechen Knopf und das Stimmwechsel daneben. Das verändert halt eigentlich noch meine Stimme. Der nächste Punkt hier ist Warnung. Wenn ich den drücke, dann gibt er eine Sirene aus. Und dann haben wir noch eine weitere Warnungsoption. Da kann ich eine Sprachmeldung ausgeben. Eine vorselektierte, die siehst du hier. Verfolgung kannst du aktivieren. Wie gesagt, dann verfolgt die Kamera automatisch Objekte, die sich bewegen. Und die Kalibrierung, die sorgt dafür, wenn die Motorsteuerung nicht so richtig reagiert oder falsch reagiert, dass die Kamera sich nochmal kalibriert. Hier links gibt es den Play-Knopf und da habe ich eine Übersicht. Da kann ich schauen, was sich wie wo bewegt hat. Also hier zum Beispiel Pflanzen im Wind. Ich habe nämlich die Erkennung auf alles angeschaltet, nicht nur auf Menschen. Und da können wir einfach die Tage durchwechseln und uns dann anschauen, wer eben hier vor der Kamera herumläuft, was er hier für Personen erkannt hat. Ich kann hier natürlich auch eine Filterung vornehmen über dieses Filter-Eigen. Dann sehe ich hier Alarmereignisse auf und halt menschliche Gestalt und so weiter. Außerdem kann ich hier hingehen und sagen, alle auswählen. Ich kann hier alle Videos löschen, wenn ich das möchte. Zurück zur Startseite. Hier gibt es noch ein kleines Eigen. Störungsfrei. Da kann ich sagen, dass ich jetzt für eine gewisse Zeit überhaupt gar keine Benachrichtigung von der Kamera haben möchte. Als nächstes gibt es hier noch intelligente Sicherheit. Man kann hier, wenn man mehrere Kameras hat, so eine Art Mini-Automatismus durchführen. Zum Beispiel kann ich sagen, schalte mir halt alle Geräte auf einmal aus, wenn ich das möchte. Oder alle Geräte einschalten. Die Home-Option kann ich hier abrufen. Und da kannst du eben auch einstellen, welche Kameras davon betroffen sind, welche da angewendet werden und Abwesenheit-Modus ausführen. Das gibt es hier auch nochmal. Ist ganz praktisch, aber nur, wenn man halt eben mehrere von den Kameras hat. Das waren soweit die wichtigsten Infos hier. Und gibt es aber auch noch den Knopf Cloud. Da kann ich auf die Cloud zugreifen, wenn ich ein Abo habe. Oder eben, wie gesagt, auf den lokalen Speicher der ganzen Kameras. Ich habe dir jetzt alles gezeigt. Den Haupt-Testbericht und alle weiteren wichtigen Infos findest du in der Videobeschreibung. Schau doch einfach mal auf www.überwachungskamera-berater.de vorbei. Da findest du weitere Infos und kostenlose Testberichte, Ratgeber und mehr.